Willkommen, ein Messestück von Nibola namens 4602 Easy Comfort mit Full-Elex-Beschlag habe ich heute für Sie und Akku. Ein Stück, was besser nicht geht, in einem Long-Life-Leder Grafit Soft. Hier ist die Fernbedienung. Viele Knöpfe, eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wo man drauf drückt. Ich drücke jetzt mal hier drauf, dann kommt die Fußstütze raus. Sieht man dem Ding gar nicht an, gell? Ja, also die Bequemlichkeit ist groß. Dann geht automatisch auch der Rücken runter. Und ich kann jetzt hier oben, hier, das Kopfteil noch verstellen, sodass ich den Blick habe aus dem Fenster auf die Adria. Freie Sicht an die Adria. Ja, einen Luxussitzplatz habe ich hier. Sie können natürlich auch alles einzeln einstellen. Sie können jetzt zum Beispiel noch ein bisschen vorgehen. Sie können das Fußteil etwas runternehmen. Das war die Schnelltaste vorher. Oder hochnehmen. Und das gleiche, übrigens ganz praktisch hier mit Magnet. Und das gleiche geht bei dem anderen Sitz. Hier auch. Alles mit einem Akku, der dabei ist. Ganz geschickt. Der ist hinten dran gepflanscht. Kann man wegnehmen und über Nacht laden. Aber vier Wochen lang, wenn Sie es nicht so oft bedienen, jeden Abend vier bis sechs Wochen lang hält der Akku schon aus. Also, das ist ein Luxussofa, wie Sie es eigentlich sich wahrscheinlich nicht leisten würden. Weil wenn Sie das im Laden kaufen, mit der Ausstattung, bestes Leder, Akku, Vollelektrik, denke ich, zahlen Sie so um die viereinhalb bis fünftausend Euro. Und bei uns weniger als das. Mehr verrate ich nicht. Sie sehen es ja online. 4602 Easy Comfort. Ein Sofa für Sie. Luxusbohr. Ich würde mich freuen. Ich habe es ein, 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 einmal. Und tschüss.